Kurz vorm Wochenende nochmal einmal traden, das ist vielleicht die Idee, die viele noch haben, am Freitagabend nochmal ein bisschen Gewinne vielleicht mitnehmen aus dem Markt, vielleicht die ein oder andere Bewegung noch nutzen. Schauen wir mal auf die Indizes, was da möglich ist und auch auf den Euro, da können wir nämlich einerseits vielleicht die Situation nochmal einschätzen und wir haben gleich ein gutes und ein schlechtes Beispiel, wie es dann laufen kann. Aber fangen wir mit dem DAX an, DAX Future jetzt hier in dem Fall, also das Teilstück, was auch in wenigen Stunden noch weiterläuft, nämlich bis heute Abend dann durch und da sehen wir schon, ja, es ist generell eine Aufwärtsbewegung, wenn wir rechts unten gucken, hier auf 5 Minuten Basis, dann sieht man schon, jawohl, das Ganze geht nach oben, das ist der gute Teil, wir sehen allerdings auch so richtig Leidenschaft, weiß ich noch nicht so richtig. Ich will es noch nicht verdammen, also wenn ich das so ein bisschen rauszoome, dass man es so in Relation setzt, ich meine, der ist groß, ich würde diese Überschneidung jetzt nicht unbedingt da zuordnen, hier für diese Geschichte, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht so richtig den Eindruck, dass der Markt im Moment Druck nach oben verspürt, vielleicht auch so ein bisschen Wochenendmüdigkeit. Ich denke mal, auf den DAX sollte man jetzt vor dem Wochenende nicht mehr so sehr bauen, dann lieber auf die Indizes, die vielleicht auch nochmal einen Antrieb kriegen vom Aktienmarkt und das sind die amerikanischen Indizes, die sich ja sowieso sehr gut auch handeln lassen, wenn nicht sogar noch besser. Schauen wir mal auf den Dow Jones, ich habe hier sogar den Minutenschart jetzt mal drin, das ist nicht um euch zu ärgern, sondern einfach um so diese Logik einfach nochmal so aufzuzeigen, damit es vielleicht nochmal ein bisschen klarer wird, zum Beispiel hier, das war das, was wir heute Morgen haben, dann gab es hier eine Pause, dann hier, zack, nochmal eine steile Pause und den letzten Anstieg. Das Ganze, was wir hier haben, sieht sehr, sehr fünfwellig aus, ich schiebe es extra nochmal so zur Seite, dass man es nochmal so halbwegs sieht. Anschließend hatten wir eine A, B, C Bewegung, das ist etwas, was das Auge eigentlich braucht, um dann einen Trigger zu finden für die Fortsetzung nach oben. Genau das Gleiche suchen wir quasi permanent und zwar in jedweder Zeitebene, was auch immer ihr wollt, also selbst im Superkursfristigen gibt es ja genau das, Päuschen, also so wackelig, fallen, zack und nochmal eine Fortsetzung nach unten, nein, Entschuldigung, nach oben, nachdem es hier nach unten ging, da die Fortsetzung nach oben. Wir sehen auch, dass es insgesamt, naja, selbst dieses Hängende hier hat ja noch was Korrektives hier, also es gibt noch nicht wirklich Anzeichen, dass die Aufwärtsrichtung vorbei ist und auch jetzt hier, die letzte Bewegung ist relativ stark, wackelige Bewegungen hier nach unten sind absolut in Ordnung. Natürlich, wenn ihr euch das anguckt, ist diese Geschichte längst vorbei, deshalb gehen wir jetzt wieder eine Zeitebene raus, im 5-Minuten-Chart, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Gesamteindruck für den heutigen Tag, 11. Februar, was haben wir heute da, das war morgens, ist auf jeden Fall positiv und ich haue mal einen Nagel in die Wand. Wenn das wirklich diese erste Welle ist, dann hier die ABC runter, dann hier wohl die dritte Welle, dann hier wieder die nächste Pause, vierte Welle und dann nochmal die fünfte, dann hätten wir ja sogar etwas, was sowieso klassisch ist, nämlich einen typischen Fünfwelle. Also das, was ich hier hätte, wäre das gleiche, wie das, was ich hier im Kleinen gezeichnet hatte, bei der nächsten Korrektur, Fortsetzung, sprich, wenn wir dieses Ding hier bekommen, bei der nächsten Korrektur, Fortsetzung. Das ist also etwas, was wir erwarten müssen, vielleicht nicht mehr heute so richtig, ihr seht es von den Uhrzeiten, jetzt wenn ich da mal so drauf gucke, vielleicht doch noch so gegen Ende des Tages, dass wir ein bisschen in die Schwäche kommen. Das fände ich aber noch nicht so schlimm, denn die insgesamtige Bewegung, die wir hier haben, macht doch gar keinen so schlechten Eindruck und solange das wirklich korrektiv hier runter geht oder alternativ oder sogar noch schicker und noch deutlicher, wäre sowas Wackeliges hier in dieser Richtung und dann hätten wir eine tolle Fortsetzung, die wir hier nach oben mitnehmen können. Also das ist etwas, was ich immer attraktiv finde, wenn sowas passiert, kann durchaus sein, dass wir vor dem Wochenende also nochmal in die Gewinnmitnahmen hier reinkommen, wenn es die nächsten ein, zwei Stündchen hier nochmal nach oben geht, wundern würde mich das Ganze nicht. Und wenn dem so wäre, hätte man für nach dem Wochenende schon gleich eine ganz gute Idee, wie es da entsprechend weitergeht. Aktuell aber, muss ich sagen, der Markt zwar ein bisschen zögerlich, hier auch im S&P 500, ein bisschen zögerlich insgesamt, aber die Aufwärtsrichtung die klar bessere. Also 1, 2, 3, 4, 5, ABC runter, dann hier die nächste Fortsetzung, vielleicht wieder 1, 2, 3, 4, 5, dann ist das der nächste Korrekturknubbel, den wir gerade haben. Und vielleicht, den Nagel haue ich jetzt mal in die Wand, haben wir ganz gute Chancen, dass wir zumindest das, was wir hier vorne haben, das ist immer so eine Mindestidee, dass wir das nochmal bekommen und anschließend dann die etwas größere Korrektur. Ganz kurz, wie groß ist diese Korrektur? Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Typisch wäre aber, wenn diese Korrektur, unterstellen wir mal, dass wir ungefähr da oben hinkommen. Warum da oben? Naja, weil wir ja gesagt haben, wenn wir das in etwa hier nochmal bekommen, also von dem Punkt aus, dann wäre so der Zielbereich für diese Korrektur, wäre das hier. Also vielleicht im Laufe des Abends nochmal, wenn wir ungefähr da sind, dann ein bisschen aufpassen. Das ist beim SOP 500 Future, vorsichtig, da müsst ihr gucken, wie eure Daten, die ihr habt, wenn ihr mit dem CFD arbeitet, manchmal benutzen Anbieter da abweichende Werte, dann sind das 4.530 ungefähr als Mark, ein bisschen tiefer, 25 bis 30. Aber macht euch selber, tut euch selber einen Gefallen, messt so ganz grob den Teil hier vorne. Komm, das machen wir mal einmal exakt. Gibt es nämlich auch eine richtige Messung. Also das erste Messen war und wir tun mal so, als ob dieses tief bleibt. Dann haben wir hier eine Marke und wir haben da eine Marke. Die beiden müssen wir uns mal merken, die 100er Marke, also die gleiche Länge nochmal, die ist sehr typisch. Vielleicht sogar die 161, die wäre bei 4.544. Und man kann das nochmal messen, allerdings dann nicht von der ersten Welle nur, sondern quasi die gesamte Bewegung. Und da ist jetzt so ein bisschen tricky. Eigentlich, haben wir ja gesagt, ist dann die dritte Welle da zu Ende und wir müssten es so zeichnen. Warum bis dahin? Naja, jetzt kommen wir schon wirklich in die Tiefe hier rein, der Trading-Idee. Weil das hier dann so ein abgeschlossener Fünffäller ist, hier intern. So. Und wir hier quasi schon, während ich noch krampfer versuche, die 4 da unten runter zu kriegen, so, dass wir insgesamt hier in einer ersten, zweiten, das war die Korrektur, dritten bis dahin, dann hier in einer Seitwärtskorrektur. Und Seitwärtskorrekturen haben häufig höhere Hochs. Das ist sehr verwirrend, das weiß ich. Aber da müsst ihr jetzt mal durch. Das vorne ist eine scharfe Korrektur. Ihr seht, dass der viel tiefer ist als der Ausgangspunkt. Und hier haben wir so eine schöne Fünffälligkeit. Ich würde fast versucht sein, das so zu zeichnen. Den brauchen wir dann nicht mehr, die 3820er, weil die ist ja unter der Höhe da. Das ist, geht schon. Aber ich sage mal, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, das wäre so ein klassischer Zielbereich. Alternativ eben da oben, diese Ecke. Das ist jetzt keine hohe Geisteswissenschaft im Sinne von, das wird genau so passieren. Das ist eine Orientierungshilfe. Einfach, dass man so ein bisschen mal einen Plan hat, was muss ich denn rechnen. Auch wenn ich hier so die gesamte Bewegung mal runter messe, dann habe ich ja hier meine Fibonaccis. Und dann sehen wir, wie ich das einigermaßen richtig anlege. Dann sehen wir, dass wir in diesem Umfeld durchaus was haben. Also vielleicht sogar noch mal fünf Punkte tiefer, als ich vorhin so grob gezeichnet hatte. Also in dieser Kiste wäre absolut damit zu rechnen, dass das A eine Zielrichtung ist. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es an der Stelle zwingend dreht. Aber mit einer nicht unrealistischen Chance, dass wir dann eben in diese Korrektur reinkommen. Und da erinnert ihr euch Fibonaccis vom tiefsten Punkt zum Endpunkt. Wir tun mal so, als ob der jetzt hier liegt. Das heißt, irgendwo in diese Zone mit rein. Vielleicht hilft euch das, eure Trading-Ideen ein bisschen grob einzuschätzen, in welchen Größenordnungen das klassischerweise läuft. Bitte, bitte nicht auffassen, als ob das jetzt Beweis ist, dass der Kurs an der Stelle dreht. Das ist nur eine Idee, dass er das tut, die durchaus auch ja auf gewissen Widerstand hier trifft. Aber ob er da dreht, das wird hier entschieden. Nur wenn, dann zeichnen wir von da nach da ein und haben dann diese Zone dann eben. Und wenn es doch diese Zone da oben irgendwie was wird, dann müssen wir halt Fibonacci von da bis da oben einzeichnen, um die Zielzone für abwärts zu finden. Nasdaq wäre jetzt die Hausaufgabe für euch, das ebenfalls mal durchzuexerzieren. Ihr könnt schon erahnen, das Prinzip ist natürlich grundsätzlich mal das gleiche. Also auch hier haben wir das. Allerdings seht ihr schon, dass der Nasdaq ja generell, machen wir es doch nochmal gemeinsam, dass der Nasdaq natürlich generell ein bisschen anders unterwegs ist in der letzten Zeit. Denn diese Korrektur und das, was wir hier haben, überschneiden sich. Und ihr erinnert euch, das ist jetzt eine Minutenschale zugegeben, Hardcore. Aber vier Stunden Chart, ebenfalls Überschneidung. Das heißt, wir sehen, dass so diese richtig gute Stimmung beim Nasdaq nicht da ist, wie wir sie beim breiteren Markt haben. Also Nasdaq ist tatsächlich angeschlagen. Die Tech-Titel müssen vielleicht die eine oder andere Schlappe dann nochmal hinnehmen. So, ich hatte es eben versprochen, abschließend nochmal ganz kurz einen Blick auf Gold. Hatten wir den? Müsste kurz zurückspulen. Nein, Spaß beiseite. Hier Euro gegen US-Dollar. Das ist nämlich so ein klassisches Zeichen, dass es nicht immer zwangsweise gut geht, wenn ihr eine ABC habt. Müsste sich das doch fortsetzen und nach oben. Und da hat es nicht funktioniert. Richtig. Also, es ist keine Garantie, dass es funktioniert. Aber die Stoppweite ist ja dann vom Einstieg bis zum Tiefpunkt oder der 78er Marke hier. Also nicht diese hier. Die ist ja auf die Gesamtbewegung von diesem Anstieg hier. Die Zielseite wäre irgendwie das. Das heißt, ihr habt wenig riskiert, gemessen an dem möglichen Gewinn. Aber es zeichnete sich ja auch ein bisschen ab, dass das nicht notwendigerweise das Ende der Korrektur sein musste. Ihr erinnert euch, ich sage euch immer, 38, 50, 61, 8. Ein bisschen drüber ist okay. Allerdings, das Tief, was wir hier hatten, es ist schon in der Nähe. Also, es ist schon in Ordnung gewesen. Nimmt man es noch mit, als ist in der Nähe oder nicht? Das ist so ein bisschen die Frage. Je dichter oder je mehr es dann in dieser Zone oder da dran ist, desto relevanter ist es, nee, jetzt geht es richtig weiter. Also, im Moment würde ich sagen, wenn ich das alles mal so mit ins Kalkül reinziehe, dass wir diese Korrektur im Moment noch fortgesetzt bekommen und anschließend erst die Bewegung nach oben. Also, bullisch ist das Szenario durchaus noch beim Euro gegen US-Dollar. Allerdings wahrscheinlich wohl eher von einem etwas tieferem Niveau. Aktuell eben noch nicht. Achtet dann darauf, nicht im 4-Stunden-Chart notwendigerweise, sondern zum Beispiel im 15-Minuten-Chart, ob der Kurs hier irgendwann einen schönen Schub nach oben macht und wackelig runter. Und daran könnt ihr sehen, nee, im Moment ist das eher dreiwellig und relativ steil runter. Also, im Moment ist es eher noch die Abwärtsseite. Ein bisschen was nach unten geht noch, bevor dann das kommt. Also, ihr könnt durchaus im kleineren Chart, deshalb die Einladung, guckt auch bitte immer wieder mal auf die kürzeren Zeitfenster. Das sieht nicht so richtig bullisch aus, im Sinne von völlig überlappungsfrei, völlig stark. Man hat eher den Eindruck, dass das wackelig ist. Und, naja, bis dahin kann man es vielleicht noch nicht sehen, aber wenn ich dieses hier vergleiche, dreiwellig, ja, da könnte man doch hier long gehen. Möglich. Aber wenn ich dieses hier vergleiche mit dieser Bewegung, dann überlege ich mir, ist das wirklich die starke und das die korrektive dreiwellige? Nee. Also, vorläufig noch kein Trade, deshalb, so wie ich es eben eingezeichnet habe, im etwas übergeordneten hier. Lasst den noch ein bisschen runterkommen und danach geht es los. In diesem Sinne, an dieser Stelle euch jetzt erstmal alles Gute. Ein wunderschönes Wochenende, vorher noch einen erfolgreichen Rest-Handelstag. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut.